hallo liebe leute herzlich willkommen zur vielleicht letzten episode portal knights mit dem yokai ich grüße euch wir werden heute den end boss angehen wissen wir eigentlich schon was das ende der welt heißt es einfach ok klingt sehr vertrauensweckend also ich rechne mit einem dämon oder irgendwie so was irgendein schattenwesen ja ja das tendiert auf jeden fall dahin weil hier die letzten gegner ja auch alle schattenwesen sind also irgendwas mit mit typ schatten das ging ja schnell los wie es aussieht ja das ist der schattenprinz aber diesmal groß das ist wahrscheinlich sein vater schattenkristall ich muss creed shot machen ich muss vater mache ich muss vater mal gut rein ok foto gemacht erst mal vernichten müsste ich ziehe dem nein ich bin runter gefallen auf entfernung halten ja er ist immun ok muss auf jeden fall die schattenkristalle zuerst töten hat manche eine idee geht das hoch was hat mich ich glaube das lag ich glaube das lag daran dass man die schattenkristalle nicht rechtzeitig kaputt gemacht hat vielleicht machen die dann so eine art überangriff das hat so ein bisschen wie bei mmos so raids scheiße aber der macht auch so generell viel schaden was auf ich brauche glaub ich auch irgendwas was mich halt ich hab zwar diesen diesen heil zauber aber der ist zu schwach also beziehungsweise so viel mana habe ich auch nicht alter er trittet mich hier unten auf der arsch nein ich bin schon wieder da und ja das gibt's doch nicht okay das viel ist auf jeden fall eine nummer herrte als die bislang wasser warte mal mal gucken der macht auch irgendwie immer so ein zauber auf die schattenkristalle vielleicht hat er halt so eine fick dich ich war gerade im menü vielleicht hat auch so eine so eine mechanik die man erst kapieren muss wie so ein raid boss halt wir müssen aber auf jeden fall mal die kristalle beide scheiße schon wieder dauern alter der zauber oder was von ihm ist echt krass warte ich warte mal kurz bis ich jetzt geheilt bin sollen wir noch mal nach hause und heiltränke holen ich glaube so macht es keinen sinn wenn wir welche haben ich meine ich hab letztens ausgemistet was heißt ausgemistet du hast die alle zerstört oder sonst hole ich zumindest mana tränke die müssten wir auf jeden fall haben wir schauen mal und wir haben auch noch flasks und sowas also die könnten wir auch wir können jetzt alles raushauen was wir irgendwie haben ich glaube ich habe letztens auch deswegen ausgemistet ich kann nichts versprechen ich gucke mal die lagen ja auch wirklich 20 30 folgen lang nur in den tun und haben platz eingenommen also kannst du mich doch nicht verurteilen wenn die weg sind ich glaube die waren hier drin tatsache der heiltränke haben wir fast keine mehr mana tränke haben wir noch echt viel die nehme ich mir dann mal raus rüstungsflächen die rüstung reduziert erhalten zauber schaden da könnten wir welche von mitnehmen auf jeden fall da weißt du wie man das text teilt ging das irgendwie ja ja hier halbieren halbieren mal drei mit ok so und heiltrank wo die hat richtig gut vielleicht können wir welche kräften hier an dem station schaden flächen und nachkampf schaden für zwei minuten um 30 prozent das könntest du nehmen das bräuchte ich zauberschaden schutz reduziert ach so das war das rüstungs ja das könnte man auch mal halbieren und mitnehmen ansonsten haben wir nichts nichts dolles mehr wir werden sogar noch sechs portal sternfragmente so brauche ich und stark eiltrank ist das eine schriftrolle der teleportation ok rüstungsfläschchen nehmen wir alles direkt mit so ich gehe mal voraus dass ich meine skills auch bei dem nicht brauche nicht so großartig und wo sind denn hier jetzt die fläschchen da das kriegen wir ja noch mal echt ja einen anreiz also endlich mal ein gegner der uns hier ein bisschen was zu schaffen macht hups nein ich habe glaube ich nicht ich habe keine flasche verbraucht gut irgendwas wollte ich noch ausrüsten hier die wurf achse nehme ich auch mal mit ich mache mal einen auf auf assassin's creed so was haben wir noch ah die tränke genau ich auch mal hier ok bist du ready ja ok zeit für runde 2 los geht's da muss ihn echt im auge behalten dass man dieser wirbelwind von ihm ist gar nicht mal so krass wenn er dann angewirbelt kommt so angecharge kommt aber dieser dieser zauber skill den er da macht diese leere kugeln die er so verschießt ihm hauen echt richtig rein lasst uns mal irgendwie beide gleichzeitig auf ein kristall gehen er kommt schon wieder ich bin tot ist beim einfach die leertaste wenn er diese kugel macht so ein kristall ist da und einfach ausweichen einfach ausweichen und metall trinken so zweiter kristall daum ich stehe drin pass auf einfach spammen jetzt leertaste ja es geht auch es wird sogar tag das ist ja geil er wechselt seine gestalt er ist tot oder was nein er seine gestalt gewechselt wir müssen schaden machen stirb ok er ist wieder immun jetzt wird er wieder seine kristalle beschwören schätze ich mal das ist ein cooler effekt gesagt was gefällt mir so vorsicht ok jetzt mit dem deutschen ist das eigentlich relativ wie sie es geht du hast ja mehr lebensenergie als ich für mich ist es halt fast man hat also wenn ich nicht komplett voll bin ist es bin ich fast tot durch diese kugeln oh gott obwohl ich echt vorteile gegenüber die hier habe mit dem durch den fernkampf ist halt viel einfacher anzugreifen ok wir haben ihn gleich wieder ok er ist soweit jetzt er hat aber echt viel leben ja so drauf da ok noch eine phase wenn wir glück haben man hat jetzt auch eine superattacke raus er wirft gleich das wärs oh nein ich bin down lebe macht nichts solange wir beide am leben sind eben also solange einer ich habe es relativ einfach mit dem deutschen oh ich bin halt direkt instant tot wenn man hochkommt hat man keine chance wenn er in dem moment diese kugeln macht kannst du nicht ausweichen auf dieser blöden treppe ach so ja wow oh gott der chargert natürlich direkt mich an nachdem er scheiß kugeln schießt und ich sowieso schon so low bin so jetzt dreht er sich aber auch nur einmal er dreht sich nur noch einmal und macht dann gleich diese diese kugeln ok der kristall hier hinten ist down der hier auch super jetzt aber volle kann er drauf ja alles was wir haben nein der ist hinten ja mehr als autotag habe ich eigentlich gar nicht ja ich bin jetzt ah nein scheiße ok noch einmal egal das schaffen wir ok der erste kristall ist fast down erster kristall ist down ok wir haben ihn ein kristall noch boah der sonnenaufkommen ist echt geil so im hintergrund also das ist ein schönen gestalteter kampf er ist nochmal gestorben so zweiter kristall auch down äh nicht zweiter vierter war das glaube ich ja jetzt ist er aber down stirb und ja stirb aber das war noch nicht seine final form oder das könnte sein nein sieg doch ein astralherz haben wir bekommen triumph äh titaniumplatten rezept für schädel der hexenmeisterin rezept für hyperium der titanium langbogen so was für rezepte haben wir hier bekommen die hast du alle aufgehoben du ninja die sind einfach so in meine tasche geflogen ich konnte nichts dafür das tor ich gebe dir mal die rezepte also das hexenmeister ding gebe ich dir schade dass nichts für mich gedroppt ist was haben wir hier schädel der hexenmeisterin meinst du das ist eine waffe schädel ja wo sind die waffen eigentlich doch da ja schädel der hexenmeisterin 150 schaden 120 schutz und vergänglich 4% chance eine explosion auszulösen nachdem nahkampfschaden erlitten wurde teilt lichtelementarschaden aus stark gegen dunkel boah 10% blutsauger und 10% äh 6% blutsauger chance mhm ok ich brauche nur 6 knochen und 7 von diesen veredelten mondopalen könnten wir eigentlich noch im Anschluss craften ich habe schon 4 von diesen veredelten mondopalen die könnten wir vielleicht sogar herstellen ich habe auch glaube ich noch ein paar ich habe 6 nice wollen wir kurz mal noch schnell diesen Schädel craften bevor wir jetzt für immer durch dieses Tor gehen und nie wieder kommen können wir auf jeden Fall machen auch wenn ich nicht weiß was hier dieses Tor bedeutet jetzt müssen wir erstmal noch was hast du für einen geilen Helm auf? ist das dein eigentlicher Helm? ja mein eigentlicher dieser Gladiatorenhelm ich schäme mich halt so sehr für meinen für mein Outfit für meinen Freizügigest dass ich mir halt so einen Ganzkörper äh Ganzkopfhelm angelegt habe das sieht so ein bisschen gruselig aus das ist halt das äh das altertümliche Pendant zu einer Plastiktüte mal gerade schauen was macht denn mein Zauberstapel im Moment für einen Schaden 130 der andere macht 150 ne also ein bisschen mehr das pisst mich ein bisschen an ey dass wir kein Rezept für mich bekommen haben jetzt bin ich der der so ein bisschen behind ist ah da fährst du dein Set schon ich laufe immer noch mit meinem Krüppelset rum äh warte was habe ich noch so für was kann ich denn noch hier so für Skills machen das brauche ich ich habe auch jetzt nicht so viele Skills ehrlich gesagt ich brauche Mondophalstaub vier Stück dann kann ich mir halt den nächsten Skill machen ja ich brauche auch endlos viel von diesem Mondophalstaub für alle Skills quasi mehr oder weniger und für meine ganze Rüstung ich gebe dir mal den Stein diesen blöden Staub ok kann ich das so craften oder brauche ich dafür den Altar gucken was gab es überhaupt noch für Waffen wow ok es gibt richtig nette Sachen noch unsterbliches Titan 158 Schaden macht der Zauberstab teilt Dunkel Elementarschaden aus stark gegen Licht kritischer Trefferschaden 48% und kritischer Trefferschaden plus 8% oh oh nicht schlechter Specht aber eigentlich ist dieser Hexen dieses Hexenmeister Ding trotzdem geiler aber es braucht Stufe 30 halt ne dieser Schädel der Hexenmeister ah ok ja gut ich kann auch nichts Knochen Knochen haben wir ja ich such gerade wo hier glaube ich ne mhm kann ich es zumindest schon mal herstellen so so zack nice ok und für die Rüstung bräuchte ich diesen Staub vielleicht kann ich mir vielleicht ein Ding schon herstellen das wäre echt super ja glaube aber leider nicht ähm Moment ich brauche Beschwörerkapuze doch ähm magischer Fließstoff haben wir den noch äh nicht wirklich aber wir haben ganz viel Katze also ist das kein Problem dann könnte ich mir nämlich das die Uber äh Kapuze schon herstellen hier hier in der Tro obwohl ne dann wäre ich blöd wenn ich die schon herstellen würde weil ich die noch nicht tragen kann aber die andere kann ich mir zumindest schon herstellen ja jetzt mal wo stelle ich mir denn ähm dieses ganze Zeug her ähm an der Werkbank war das glaube ich ah ja so schauen wir mal Beschwörerkapuze kritischer Reset 25% Chance die Abklingzeit von Zaubern zurückzusetzen nachdem ein kritischer Treffer verursacht wurde das ist ja voll krank boah das ist cool werde ich die direkt mal anziehen yeah sehe ich so richtig dark aus so ein Assassin Magier ja ich könnte mir theoretisch jetzt sogar die äh Krone der Boshaftigkeit herstellen äh ah ja doch könnte ich machen aber die ist halt Stufe 30 deswegen mache ich das jetzt noch nicht und die hat dann 30% Chance die Abklingzeit von Zaubern zurückzusetzen nachdem ein kritischer Treffer verursacht wurde echt krass ich frage mich was bei mir wohl so sein wird ja gut ähm wollen wir jetzt in die nächste Welt also durch das Tor meine ich ja wenn man irgendwie durch das Tor kommt ja das Tor ja so heißt auch die ganze Welt überhaupt zu das Tor ich befürchte leider dass da nicht viel sein wird dass da wahrscheinlich wirklich nur dieses Tor ist und keine Rohstoffe keine Gegner das Tor kann man sich dann angucken wahrscheinlich ja also das Spiel ist ja immer noch äh im Early Access im ewigen Early Access wohlgemerkt das heißt wir hoffen einfach mal dass die Entwickler daran noch arbeiten so und jetzt ach dahinter geht's noch weiter okay ja aber ich weiß halt ne da geht's doch nicht weiter groß irgendwas ist außer paar Mana Steine die man abbauen kann ich weiß nicht mal ob es hier Rohstoffe gibt wir können ja mal schauen ob ob man hier vielleicht wenigstens irgendwie diesen Mondopal das Mondopal Zeug oder so fahren kann aber ich befürchte mal sogar selbst dass es das nicht gibt man kann hier noch nicht mal bauen das ist so ne Krüppelwelt ja äh okay was kann ich jetzt hier machen was kann man machen man kann hier auch nichts einsetzen man kann einfach nur hier super ich glaube es ist einfach nur ein Platzhalter äh könnte es sein ja ich kann ah ich habe die Idee die Vermutung dass man dann dass das Tor quasi dann einem ermöglicht in eine komplett neue Welt dann also so neuen Planeten zu reisen weißt du wo ganz neue Welten sind das wäre auf jeden Fall richtig geil ja das könnte sein weil diese Welt hier ist ja voll mehr oder weniger man könnte jetzt noch mal nach oben und unten gehen aber ich glaube nicht dass sie das vorhaben stimmt das ist das ist eine Möglichkeit ich habe nämlich am Anfang sowieso gedacht als ich diesen Planeten hier gesehen habe in der in der Karte dass es mehrere geben wird okay das war nämlich direkt in einer der ersten Episoden schon meine Idee dass es ich dachte aber das wäre schon implementiert sogar dass man dann irgendwann springt auf den Planeten weil das zuerst halt auch nicht so viel aussah ja das wird es wahrscheinlich sein aber bis das Update dann auch rauskommt wer weiß wie lange das dauert wie viel Zeit verstrichen sein wird und ob wir das dann überhaupt noch mal spielen ich bin eigentlich guter Dinge ich würde gerne noch mal dazu zurückkommen zu dem Spiel wenn es nur soweit ist also es wird wahrscheinlich leider eine Weile dauern vermute ich mal mhm falls es überhaupt irgendwann kommt man weiß ja wie das ist mit diesen Early Access Titeln viele Entwickler geben sich da echt Mühe und es kommt wirklich wöchentlich neuer Content und es kommt ja auch für Bottle Nights noch neuer Content das haben wir ja schon selber gemerkt bei diesem Let's Play dass schon Sachen dass die Entwickler immer noch dran arbeiten es waren dann zwei wir haben jetzt mehr Wasser genau es sind zwar Kleinigkeiten irgendwie das am UI wurde doch geändert ne ach ne das UI wurde ein bisschen geändert im Menü genau im Menü genau ja und hier der Skilltree wurde ja auch geändert ja also ein paar Kleinigkeiten und ja okay Level 30 könnte man noch machen na das ist aber ein nerviges Grinden ey ich meine guck mal wir haben jetzt wir haben jetzt nicht so viele Quests die wir noch machen könnten dann müssen wir fast ausschließlich nur Grinden das dauert schon etwas ja was ich mich halt momentan frage ist du hast ja jetzt so ein Astral Ding bekommen ne ja Astral Herz ja das hab ich schon in die Truhe gepackt ähm was ich mich frage wenn die wenn es das wirklich nur bei den Bossen gibt wie will man das farmen das ist ja voll scheiße wenn du weil du die Bosse respawn ja auch nicht dass wir jetzt sagen könnten wir machen jetzt den ersten Boss einfach nochmal oder jetzt den letzten es ist ja ja deswegen frage ich mich es kann ja jetzt ich fände es halt sehr blöd sagen wir mal so es ist möglich aber es ist sehr blöd wenn wir jetzt eine neue Welt aufmachen würden man kann ja die Charaktere mitnehmen in eine andere Welt und mit Level so ich sparte deine Theorie wieder leg die Bosse respawn lass uns weiter fahren das ist aber das ist aber neu die ersten Bosse sind nicht respawned ok vielleicht haben die sich sich die Entwickler dann äh das zu Herzen genommen haben das mal geändert ok dann schauen wir mal vielleicht droppt der jetzt richtig geilen Shit und droppt jetzt vielleicht doch was für dich ja ja ich bin tot ok dann werde ich mich darauf konzentrieren zu überleben ja oder machen wir sogar zweimal den Endpost in einer Folge wir sind richtig innovativ wow ich bin fast tot lebst du wieder? ich bin tot ich bin tot ich hab mal geguckt ob ich durch die durch diese Projektile durchdodgeln kann also quasi so in Winzeln aber das bin ich nicht ja passt schon oh Gott ich bin tot scheiße ich hab keine Trinke mehr Heiltränke oder was? ja ok er geht gleich in die erste Krepelfase und los geht's Damage more dots we need more dots wow das ist krank mit diesem Reset Tritscher Reset du kannst es einfach durchspammen nur du hast halt kein Mana dafür ja aber da lohnen sich doch dann gleich die Skills viel mehr diese epischen ja wow wieso charge der mal mich an der Arsch der mag dich nicht du machst Lichtschaden ich bin nur ein einfacher Krieger oh dieser Arsch alter er trifft mich mit beiden voll hart obwohl ich ausgelischen bin dieser Arsch der Arsch schon wieder verreckt alter ist das ein Arschloch ey er verreckt nicht aber er hat mich voll auf den Ticker er mag dich einfach überhaupt nicht ja hat er wieder zu mir der Sack okay so jetzt noch schnell das letzte ach so der hat ich dachte der wäre schon kaputt hier nein ey dieser kleine Spacken und er ist gerade jetzt gestorben genau jetzt ist er gestorben und ich kann nicht viel Schaden machen ja und ich kann gar keinen Schaden machen weil ich tot bin klasse ich habe zwei Hits machen können Kälzer das wird schlecht ey wir? wieso wir? hör auf zu verrecken ey jetzt ey verreckt einer ne und beleidigt die ganzen oder beschuldigt die ganzen Raids ey jetzt weiß ich was du für einer bist alter du kannst einfach nichts machen als Krepelmagier ey ich bin gerade ausgewichen und du kommst einfach nicht weg der muss besser ausweichen ja wohin ich weiß weil ich hier ja schon 90 Grad aus oh Gott okay das war dumm das ist nur am Daubersterben ey ja das Problem ist halt ich komme halt immer mit halber Energie rein und bin sofort wieder tot nicht lebt noch ein Kristall ach da lebt ja noch einer so no down komm schon Okay, noch einmal Pass auf Das gibt es nicht Ich habe irgendwie ein Stöhnen hören Bist du gestorben? Sieht so aus, ja Ja, okay, diesmal war ich immun Ich hatte noch so eine Respawn-Immunität Das Spiel hat Mitleid mit dir Komisch, dass ich das am Anfang nicht hatte Da bin ich auch die Treppe runtergekommen Oder hochgekommen und Da bin ich direkt gestorben Ja, er chargte halt auch immer mich an So ein Arsch Okay Jetzt aber Ah, den haben wir Was? Ja, er ist tot Achso, ich dachte gerade, weil bei mir das Leben nicht weiter runtergegangen ist bei ihm kurz Ich dachte gerade, der hat einfach eine neue Phase gemacht Ja, nein, ich sammle schnell alles ein Ich stehe im Portal und kann mich nicht rausbewegen Nein, was machst du denn? Nein, die Erfahrung Ich bin instant in dem Portal entstanden Richtig asozial Shit Das Portal ist quasi in mir gespawnt Na, okay, ich hab Hat der ein Astralherz gedroppt? Ja, ja, ich hab's zum Glück noch eingesammelt Ach, sehr gut Also bei dem kann das echt farben Und ansonsten habe ich genau die gleichen Rezepte wiederbekommen Ah, das ist ja scheiße Aber er leckt mich doch, ja Ne, das ist was anderes Titanium Achso, den hattest du eben gelernt oder was? Ja, den hab ich vorhin gelernt Trotzdem ist das ziemlich nervig Ja, okay, aber vielleicht ist es äh Doch, Uffall Keine Ahnung Okay, wenn es wirklich genau das gleiche ist, dann wahrscheinlich nicht, aber Sollen wir ihn noch einmal killen? Ja, komm Warte, ich misste aber kurz meine Waffe reparieren, Sekunde Oh ja, gute Idee So, ich glaub jetzt bin ich wieder soweit Okay Geil Für die Astralherzen ist es halt geil Dass man die dann da farmen kann Mhm Ich frag mich, ob da auch viele Erfahrungen gibt Ich hab' nicht so aufgeachtet Lass uns mal nach dem Kampf jetzt gucken, ob die anderen Bosse auch respawnen Das wär' auf jeden Fall neu, weil das hab' ich schon geguckt Und das tun sie nicht Okay Eigentlich Schauen wir mal Okay 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 Sackgesicht So, Vorsicht Wieso habe ich keinen kritischen Reset mehr? Eben war das richtig geil, da ging das richtig ab Jetzt im Moment prockt es gar nicht mehr Schade Auf jeden Fall darauf achten, wenn er gleich stirbt Dass keiner von uns in der Mitte steht Ja, ja Keine Sorge Oh, ich sehe nichts Zu viel Lichteffekte Ja, das war gerade echt der Wien Pass auf Scheiße, ich bin tot Pass auf Achtung Synchron ausweichen So, jetzt müsste es eigentlich stauen gehen Ja, ist down Und Attacke So, ich habe ja nur 25% Chance Stimmt, aber eben ging es richtig ab Da war die ganze Zeit Als hätte ich 100% Chance quasi Auf den Kritischen Reset Achtung Oh Gott Oh, die volle Wolle Das war richtig mies Weil du genau hinter mir standst, glaube ich Hatte ich keine Chance mehr nach links auszuweichen Ich hätte nach rechts ausweichen müssen Scheiße Nein, wir stehen zu nahe beieinander Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Wir dürfen halt nicht zu nah beieinander stehen Sonst können wir nicht so gut ausweichen In den Nachrichten Ich bin irgendwie in der Ego-Perspektive So, komm Jetzt machen wir ihn Hoffentlich Ja, nice Jetzt progt das bei dir wieder Okay, zumindest gerade ein bisschen Komm, komm, komm Ja Nicht in der Mitte stehen Nicht in der Mitte stehen Er läuft schon zur Mitte Oh Mann Dort gibt's Ja, Titanium Knochenwahl Es gibt neue Wer sammelt alles ein Den ganzen Loot Was denn? Ich verwahre es nur sicher Hier, Rezept für Planetarer Schlag 2 Hab ich Ich weiß nicht, ob du das schon hast Rezept für Lieder Kristall Doch, den ersten hast du Mindestens Du hast dann jetzt bestimmt Zwei Astralherzen noch dabei, oder? Ja Kannst du dir die geben? Wo ist denn das Rezept? Knochenmaler Endlich ein neues Item Mal sehen, was das ist Warte Wo waren hier? Geil, Astrales Knochenmaler Ja, es ist was für mich Was ist es? So eine riesige Keule Also eine Stachelniege Hat die auch so einen geilen Proc, oder? Äh, Ausweich Chance Plus 12% Resistenz gegen Nahkampfschwamen Plus 10% Nicht wirklich, nein Ah, schade Egal Okay, Planetarer Schlag Rang 2 Wirft eine Markierung Die kurz später von zwei Explosionen getroffen wird Welche feinen Dunkelschaden zufügt Macht 190 Schaden Äh, braucht Planetarer Schlag 1 Und 7 Mondopal Staub Davon sollten wir eigentlich genug haben Von dem Staub Machen wir ein paar neue Skills Müsstest du eigentlich ja können Jetzt mittlerweile Ähm, ja Wir haben halt nicht genug Von diesem Staub, ne? Ich hab dir doch, äh, hier gegeben Hier diese Kristalle Und die veredelten Dinger Ja, aber kann man aus den Kristallen Staub machen? Ja, guck mal Ich glaube nicht Warum sind wir hier? Achso Ich glaub, das geht nur umgekehrt Das müssen wir mal schauen Weil von diesen doofen Kristallen Droppt der ja echt viel Mhm Nur die braucht man leider nicht Man braucht einfach alles Diesen dämlichen Staub Ich glaub, aus dem Diesen Ur-Abbau-Dingern Kann man auf jeden Fall Staub machen Ich glaub sogar, dass man aus dem Staub Das, äh, Zeug Diese Kristalle machen kann Aber nicht umgekehrt Mal schauen Ne, das geht nicht Man braucht immer diesen rohen Mondopal Für Staub Und für diese Ähm Also Mondopalstaub braucht man für den Ne, Quatsch Roher Mondopal braucht man für Staub Und für den veredelten So Ein bisschen hab ich dir ja gegeben Und das reicht nicht für Zumindest ein Skill Oder für ein bisschen Staub Ich hab gar keinen Staub mehr Scheiße Ich hatte mir ein Set-Item hergestellt Davon Die Kapuze Und das war's Mhm Mist Schade Ja, diesen Mondopalstaub Müsste man noch farmen Da braucht man echt richtig viel von Vor allen Dingen Weil mein ganzes Set Brauch ich ja auch noch Ich bräuchte jetzt im Prinzip Ich bräuchte noch drei Items Das sind fünf Und zweimal sechs Also siebzehn Staub Und dann bräuchte ich noch mal Skills Das sind noch mal acht Sieben Noch mal sieben Sind Zweiundzwanzig Neunundzwanzig Sechsunddreißig Sechsunddreißig plus Was hatte ich gesagt? Siebzehn Also krank Einfach nur Weil du brauchst jetzt zwölf von diesen Rohdingern Für einen Staub Mhm Ja, das klingt nach Viehfarmen Ja Darauf hab ich ehrlich gesagt auch keine Lust Mhm Und ich wette, wenn das neue Update dann rauskommt Mit der weiteren Welt Dann Äh Eben Sind ja auch diese Materialien dort in den neuen Welten vorhanden Gleich am Anfang Die man dann braucht Ja Und Es gibt dann eh wieder ein neues Set Und Das alte Ja, wahrscheinlich auch Ist dann wahrscheinlich eh nicht mehr so doll Mhm Trotzdem werde ich mir überlegen Dann Offcam Vielleicht noch Die Level 30 zu machen Und vielleicht das Set noch zu farmen Zumindest das Set Die Skills Wahrscheinlich eher nicht Aber das Set sind noch 17 Das sind dann 100 Ungefähr 200 Rohdinger Das ist auch viel Aber Das geht vielleicht noch Dann kann ich ja auch Titanium mit Nebenbei farmen Mal gucken Was ich so für ein Set bekommen kann Noch Das werde ich mir dann mal überlegen Ob ich das noch mache Äh Ansonsten Würde ich sagen War es das Vorerst Vorerst Zumindest Hier mit Portal Knights Ja, liebe Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Äh Der Yo-Kai wird auf jeden Fall noch ein Review davon machen Und Äh Weiß ich nicht Falls du mich auch dabei haben willst Wird es das auch auf meinem Kanal geben Zu diesem Spiel Was du da genau vorhast Ein Review Ich Ja Wie macht man denn ein Review mit zwei Personen Keine Ahnung Oder wie meinst du das Man könnte so eine Art Podcast drüber machen Ich wusste nicht genau was für eine Äh Was für ein Ein Ähm Ähm Ja was du dir genau drüber ausgedacht hast Also wie du es genau machen möchtest Nee, einfach ein Stück normales Review halt Kein Podcast Weil äh Wir haben ja glaube ich schon Genug gepodcastet Äh Während des Let's Plays Über das Spiel Und über andere Dinger Nee, ich mach ein Stück normales Review darüber Mhm Das kann man leider schwer mit zwei Personen machen Mhm Ja, und ansonsten Werden wir uns dann wahrscheinlich erst hier bei Portal Knights wiedersehen Wenn es denn mal wieder neuen Content gibt Der sich auch lohnt Also jetzt nicht irgendwie neues Ingame Menü Mehr Wasser Ich lese mir aber Sind ja dran Also Ja, ich lese mir auf jeden Fall nochmal die Patch Notes durch Mal gucken, was die jetzt genauso implementiert haben Oder was die meinen mit mehr Wasser Das ergibt irgendwie keinen Sinn Ja, schön Ja, wir müssen langsam beenden, ne Ich hab so ein bisschen Bauchschmerzen eigentlich Ich will eigentlich nicht Ja, es ist Es ist schade Also es hat schon Spaß gemacht Wie gesagt, es hat auch natürlich Viele Schwächen Aber Trotz alledem Hat es Spaß gemacht Mhm Ein sehr schönes Spiel Und für den Preis auf jeden Fall Oh lol Ich entdecke jetzt gerade erst eine Funktion Was? Ich entdecke jetzt gerade eine sehr, sehr geile Funktion Und zwar drück Halt mal erst der AG gedrückt Jetzt kannst du Ach nee, doch nicht, warte Jetzt kannst du Wenn du hier zum Beispiel stehst Wo ich stehe Ja Kannst du von hier aus auf die Auf jegliche Truhen und Dinger von dir zugreifen Also auf fast jegliche Wenn die halt nah genug dran sind Das ist ja cool Stimmt Man hat aber schon eine gewisse Range Das ist ja eine coole Funktion Warum Entdecke ich das erst jetzt zum Ende Wir müssen nochmal neu anfangen Ja Nochmal mit dieser Funktion Das ist ein komplett neues Erlebnis Ja Komplett Ja Leute Wir hoffen, es hat euch gefallen Ansonsten Würde ich mich natürlich freuen Wenn wir mal wieder zusammenfinden Also wir Ihr Zuschauer natürlich Und auch Du, Yo-Kai Natürlich, immer Ob sich da nochmal was findet Wo ich dir meinen Stab einführen kann Es findet sich immer eine Öffnung Ein Hintertierchen Sozusagen Lassen wir uns offen Aber ja Das werde ich erstmal vermissen Sonst wird es echt Zeit jetzt Dass wir das Ja Eine extra lange Folge Aber es hat sich gelohnt Drei Bosskämpfe Oder wie viele haben wir jetzt gemacht? Drei mal der gleiche Bosskampf Ja Gut Leute Dann Lasst einen Kommentar da Wenn es euch gefallen hat Sagt uns, wie es weiter Ob ihr euch freut Ob ihr auch wieder dabei wärt Wenn es weiter geht Huch Du bist aber bei mir Du bist bei mir auf einmal weg gewesen Naja, egal Ich habe mich nicht mal bewegt eigentlich Ganz komisch Ne, ich meine Stimmtechnisch Also von der Internetverbindung Okay Naja, deine Zuschauer Haben sie gehört Ja Wahrscheinlich zumindest Ja Ja Gut Ich bin ein bisschen wehmütig Ja, ich auch Man hört es glaube ich auch direkt Naja Wir machen es kurz und schmerzlos Ich verabschiede mich schon mal Huch Ich verabschiede mich Wir sehen uns beim nächsten Let's Play von Portal Knights Irgendwann Genau Oder zu einem anderen Let's Play Bis dahin So Headshot